Showa Dainichi, 65 cm Sansai weiblich, haben wir als Possei gekauft, entschuldigung, haben wir hier aufgezogen in der Innenhalterung, frisch ist sehr gut, 65 cm ist auch sehr gutes Maß, so eine Zeichnung, wir haben jetzt aber ein Kunstlicht dazu genommen, damit wir den Fischer besser ziehen. Hat Motogurka am Balken geflossen, das ist Weiblich, aber ich glaube schon gesagt, da sind jetzt in die Gardeister.